Judith Segal Stolzer Judith Segal Stolzer Most of your historical documents I see for the first time, which means that they were never published, they were never exhibited, they remained somehow hidden from the public eye until now. And perhaps why was it not yet shown in the public? Because these are not the typical images of the white city of Tel Aviv. These are mostly photos taken during the building process, so they are still incomplete, they are still raw. Judith Segal Stolzer Und heute ist es, obwohl es ein bisschen derelict ist, ist unter, in inverted commas, die Protection des White City Project in Tel Aviv. Das bedeutet, dass diese Gebäude nicht demodiert werden können, sondern können sie wieder aufbauen, mit einem anderen 1.5-Storys auf dem, aber die Gebäude muss in der Original-Style bleiben. Also, wir sehen, es ist ein lang-term Projekt. Es ist eine Chance, dass dieses Projekt, dieses Projekt, wird eine bessere Seconde Leben. Denn ich denke, dass alle professionellen, die Teil-Aviv-Municipationen, die historiografie des Tel Aviv und die Preservation des Tel Aviv, werden ein bisschen mehr sophisticated und verstehen, dass es unterschiedlich sind, und es ist wichtig, dass es so ist. So, wir können ein bisschen länger warten. Anführungszeichen 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 Untertitelung des ZDF, 2020